Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Jimmy Blue Ochsenknecht und es gibt anscheinend, zumindest deute ich das so, den nächsten Seitenhieb gegen seine Familie. Zumindest deute ich, wie gesagt, das ganze so und frage euch jetzt, was sagt ihr zu diesem Post? Interpretiere ich da jetzt Instagram-mäßig zu viel rein und sollte in Urlaub gehen oder sagt ihr ne? Irgendwie schon ein bisschen komisch im Hinblick dessen, was zu den letzten Wochen passiert ist, merkwürdig. Ich zeige es euch jetzt hier, ja, if mushrooms can grow from shit, you can too. Also wenn Fliegenpilze aus Scheiß entstehen können, dann kannst du das genauso. Jetzt weiß man auch nicht, ob ihr sich selbst als Fliegenpilz und als giftig und toxisch, könnte man so viel reininterpretieren. Ich bin irgendwie so, kennt ihr das noch früher beim Kunstunterricht, wo man so ein bisschen in die Bilder reininterpretieren musste und da war ich immer super gut drin. Ich konnte immer sehr gut dann aus dem Stegreif Dinge da rauslesen, die da Künstler wahrscheinlich nie gemeint hat. Aber mein Lehrer mochte mich da sehr und hat mich immer sehr gefördert. Das war aber, das war, das war schön. Das war einer der wenigen, oder einer der, so wenig gab es jetzt auch nicht, aber einer der schönen Abi-Erinnerungen im Kunstunterricht, wenn wir dann Gemälde besprochen haben und ich da einfach unfassig geblabbert habe und der da total an meinen Lippen hing. Das war sehr schön und auf jeden Fall könnte man jetzt natürlich wieder auch sagen, okay, interpretiert er sich jetzt selbst als Fliegenpilz, als toxisch, als toxischen Menschen, ja, nee, Spaß beiseite. Aber es ist jetzt so, dass man natürlich aus so einem funny Ding, ja, und muss jetzt nicht die Familie mit gemeint sein, natürlich auch wieder einen Seitenhieb draus lesen kann. Einen nächsten Seitenhieb, den man auch ein wenig so deuten könnte, war vor einigen Tagen schon und das letzte Posting vor einer Woche, wo, ja, sich Jimmy Blue Ochsenknecht mit seiner Verlobten und mit seinem Vater ablichten hat lassen. Interessant ist auch, dass Wilson Gonzalez das Ganze geliked hat, also der ist ja sowieso, hatte ich ja auch schon drüber berichtet, eigentlich so ganz cool mit Jimmy und hat da jetzt nicht so die Probleme und, ja, hält sich da einfach raus. Finde ich eigentlich auch grundsätzlich in der Familie immer am besten, dass man sich da nicht öffentlich fertig macht. Bei Cheyenne und Natascha sieht es dagegen vollkommen anders aus und interessant sind halt auch die ganzen Dinge, die hier stehen lassen wurden. Also Fakt ist, dass Jimmy Blue Ochsenknecht aufgrund seines Shitstorms, ja, erstmal privat war auf seinem Instagram. Und hier bei der Berlinale 2024, ja, bedankte er sich bei Bulgari und hier bei Konstantin Film und war hier zusammen mit seinem Vater, wie gesagt, und seiner Verlobten. Und dann sieht man hier dann doch, dass da auch interessante, ja, Kommentare sind, die einfach so stehen gelassen werden. Wiederum wird es bei anderen Dingen, die jetzt so ein bisschen negativer sind in seiner Richtung, nicht stehen gelassen. Ja, also ich habe ja auch schon Nachrichten von euch bekommen, die gesagt haben, ey, der löscht da auch mal kritische Kommentare zu seiner Person, die ganz sachlich sind. Ja, und wir gehen das jetzt hier mal durch, ob das jetzt wirklich so stimmt, ob da jetzt wirklich alles noch so positiv ist oder ob ich jetzt hier zu viel interpretiere. Also wie gesagt, dieser eine Post auf Instagram, da kann man jetzt eher sagen, ja, es ist einfach nur lustig, aber es ist irgendwie, könnte man das jetzt auch so ein bisschen so deuten. Andererseits wäre es ja auch schon wieder ein Seitenhieb in Richtung seines Vaters, der war ja nun auch relativ lange, bis, ja, Natascha und der Vater sich getrennt hatten. Also Uwe Ochsenknecht, da war er ja auch schon in den Teenagerjahren, also dann würde er ihn ja mitbeleidigen, weil im Prinzip ist er ja aus denen entstanden, aber wie gesagt, also man kann es aus verschiedenen Seiten deuten. Und das habe ich ja auch als Statement wahrgenommen, weil das ja auch so ein Posting war, klar kann man das posten, aber es ist klar, seine Frau und seinen Vater, ja, der Rest ist auch nicht dort drauf. Und ich meine sogar, dass Wilson Gonzalez bestimmt ja als Berliner auch vor Ort war, aber man weiß es jetzt nicht, vielleicht war der auch woanders, ne? Ich möchte jetzt nicht um den Blödsinn erzählen, aber gehen wir jetzt hier mal die Nachrichten durch. Die Kommentare, der beste Teil deiner Familie steht zu dir und das ist das, was zählt, Dream Team. Also interessant, die wichtigsten der Ochsenknecht-Familie. Sehr schönes Bild, wenigstens einer, der zu euch hält, egal was war und ist, niemand hat das Recht, über andere zu urteilen, ja, sogar zu verurteilen, selbst die eigenen nicht. Alles hat einen Grund, Fehler werden gemacht von allen Seiten, euch alles Gute, also das geht jetzt hier noch, ja. Das ist mal ein Statement, die Schuhe, Junge, also da wird jetzt hier wahrscheinlich seine Sneaker mit gemeint sein, also das sind 1er Jordans. Sagen wir mal so, wenn man ein bisschen Ahnung im Sneaker-Game hat, klar, zu dem Anzug, ja, passt das nicht unbedingt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, würde ich jetzt auch, also wenn jetzt ein sportliches, also kein Jackett und so ein bisschen sportliches Outfit gewählt hätte, dann hätte es gepasst, so muss ich sagen. Man kann zum Anzug Sneaker tragen, allerdings hätte ich dann andere Sneaker gewählt und nicht die 1er Jordans. Aber die 1er Jordans, so für die Leute, ja, die jetzt so ein bisschen im Sneaker-Game unterwegs sind, sind durchaus gefragte Schuhe. Und wenn man so ein bisschen affin ist, dann ist das jetzt nicht die schlechteste Wahl, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein fürchterliches Outfit, wenn man ein bisschen Ahnung hat, ist das Quatsch. Aber ich würde trotzdem auch eher so ein Schuhwerk wie jetzt Uwe wählen, ja, also zu so einem Anzug passt das dann, finde ich dann doch besser. Die Schuhe, die Schuhe sind auf jeden Fall Thema, also das wird dann stehen gelassen. Ein sehr schönes Foto von euch, Uwe Oxenich ist ein toller Schauspieler, zum Rest, okay, das ist jetzt, könnte man jetzt negativ deuten und ist auch negativ gemeint. Tolles Bild von euch, ihr drei seht teuerst, du hast ja Mut, genau mein Humor. Also es gibt durchaus so ein paar Sachen, die sind noch so ein bisschen, ja, in die Richtung, wo man sagen könnte, das ist jetzt kritischer. Aber, ja, so richtig, ich denke, da wird es andere Kommentare geben haben. Wir gehen jetzt aber auch noch mal eins der nächsten Postings nochmal durch, ne, damit man hier so ein bisschen auch, ja, noch ein bisschen Quatsch mit euch. Ihr seht toll aus, manchmal reicht einfach nur ein Foto, alles Gute für euch. Und, ja, das sind jetzt so die neuesten Kommentare. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das hier nochmal an. Das war nämlich direkt gepostet nach dem, ja, das ist jetzt hier Laura und Jimmy, das ist direkt gepostet worden nach dem Shitstorm. Und da könnte man jetzt auch noch mal gucken, ob da vielleicht nochmal interessante Kommentare sind. Also beide hier auf jeden Fall im schwarzen Outfit, ja, passend zum Partner ausgewählt, ja, adrett. Und dann geht es hier weiter, wieso hat der, die Familie ein Problem damit, dass die zusammen sind, wird hier gefragt. Dann hat er auch dazu geschrieben, wenn du wahrlich frei sein willst, musst du das Risiko eingehen, dass keiner dich versteht. Ja, ist auch ein deutlicher Seitenhieb in Richtung Familie. Also das könnte man hier durchaus, finde ich, so nehmen. Deswegen passt, finde ich, auch der Titel dann ganz gut, den ich hier für das Video gewählt habe. Denn das kann man definitiv als Augenmerk und Seitenhieb in Richtung Familie deuten. Auch so ein Pärchenbild, ja, hier beim Essen im Restaurante, ja, im kurzen schwarzen und ja, auch im schwarzen Dress. Ich meine auch hier die Cartier-Uhr, oder ist das eine Cartier-Uhr? Ja, ich glaube schon, das ist ja so immer diese typische Form. Ist es ein oder nicht, ihr könnt ja mal unten reinschreiben. Also so viel dazu, dass er jetzt keine Kohle hat, die kosten dann auch, ja, Richtung 8.000, 9.000 in der Regel, ja, wenn die neu sind. Dann geht es hier weiter. Es gibt natürlich auch noch teure, aber ich glaube, diese Santos kostet gleich 8.000 oder 9.000. Dann geht es hier weiter. Es ist dein Recht, dein Leben zu leben und wenn man dann so mutig ist, dies zu leben, ist dies für manche schwer um dich herum. Aber eben nicht für dich, gutes Leben, lieber Jimmy. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass irgendjemand in der Familie jetzt irgendwie sie am Anfang überhaupt nicht, also die Laura, akzeptiert hätte. Im Gegenteil, also ich fand die eigentlich relativ gut integriert in der zweiten Staffel und sie war ja auch Thema, ja, auch ihre Rennfahrerkarriere. Und ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wo jetzt das Problem liegt, ja. Ob jetzt wirklich die Ochsenknechts, also Natascha und Cheyenne jetzt vorneweg das Problem sind oder er. Ich glaube, alle haben so ein relativ großes Ego und fühlen sich da sehr im Recht. Dann geht es hier weiter. Und was ist, wenn es aus ist mit der Flamme, ist dann die Familie wieder gut? Also es gibt hier durchaus noch so ein paar sachliche, kritischere Kommentare. Aber ich glaube, die ganz schlimmen wurden alle weggelöscht und zensiert. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das kann ich auch verstehen. Ein kleiner Tipp, Kommentarfunktionen ausstellen, wird hier geschrieben. Liebe ist das Wichtigste und das steht überall. Mich würde deine Definition von Freisein interessieren. Ist auch durchaus mit dem Smiley ironisch gemeint, denke ich, ja. Weil sie jetzt vielleicht darauf abzielt, ja, in Frage zu stellen, ob er jetzt wirklich so frei ist. Unter der Fuchte dieser neuen Verlobten, ja, die jetzt da anscheinend das Zepter in der Hand hält und ganz toxisch ist, weil die ganze Familie sie nicht mag. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Aber gut, das ist jetzt viel Interpretationssache. Ich dachte aber, das wäre jetzt hier nochmal so ganz spannend, um auch dieses Jimmy Blue Ochsenknecht Drama vielleicht erstmal abzuschließen. Weil ich glaube, dann ist das auch erstmal zu Ende erzählt, ja, bevor dann wieder das nächste Statement kommt. Aber, ja, wenn euch solche Videos hier interessieren, dann lasst gerne auch ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns dann auch in der neuen Woche wieder vor der Kamera. Bis dann und ciao, ciao.